Guten Morgen, liebe Herzbewohner von Jesus. Ja, die vorausgegangene Botschaft ist doch wahrlich der Schlüssel in allem, was wir tun. Demut und Liebe. Und deshalb hier nun noch ein persönliches kurzes Anliegen von Theo und mir. Wir bekommen immer mal wieder Zuschriften von sicherlich in guter Absicht handelnden Brüdern und Schwestern, dass wir die eine oder andere vom Herrn gestiftete Offenbarung aus unserem Kanal und von unserer Webseite nehmen sollen, dass sie diese nicht als vom Herrn kommend erkennen können oder wollen. Wir müssen euch sagen, würden wir jedes dieser Anliegen in die Tat umsetzen, so wären unsere Webseite und unser Kanal mittlerweile leer und bereit gelöscht zu werden. Denn von einem werden die Liebesbriefe an Claire als nicht von Jesus kommend abgeurteilt. Für den Nächsten ist Jakob Lorber oder Gottfried Meierhofer ein falscher Prophet. Und für wieder andere kann das Dritte Testament unmöglich vom Herrn sein, da es darin zu viele Themen gibt, die nicht mit der bisherigen Vorstellung des Einzelnen übereinstimmen und Widersprüche aufwerfen und so weiter. Dazu bedenkt auch, was die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus damals bei seinem Wirken alles vorgeworfen haben, in wessen Macht er Wunder wirke. Selbst ihm persönlich wurde gesagt, er handle mit der Kraft des Teufels, weil sie ihn in ihrer Blindheit nicht erkennen konnten. Und jetzt machen sie das Gleiche mit seinen Offenbarungen. Jene, die von ihrer Blindheit geheilt werden wollen, müssen sich selbst komplett entleeren, alles loslassen und ihn dann demütig bitten, sie zu heilen und ihnen ihre Bestimmung in seinem Plan zu zeigen. Könnt ihr nicht erkennen, wie gefährlich dieser Kanal für das Königreich der Dunkelheit ist? Überlegt doch bitte einmal kurz, so viele Offenbarungen des Herrn auf einem Fleck. Alle dienen zur Verherrlichung unseres Herrn und Schöpfers. Alle haben die Liebe zu Gott und zum Nächsten als zentralen Punkt und besagen, dass Jesus im Fleisch auf die Erde kam und für unsere Sünden am Kreuz starb. Dazu sagt der Herr in einer Botschaft an Timothy. Betreffend jene, die sagen, diese Briefe an Timothy seien vom Teufel, indem sie die Briefe zitieren, welche Judas betreffen als Beweis für ihre Behauptung. Dies sage ich, der Herr zu jenen. Das, was mich verherrlicht, kann nur einen Ursprung haben und alles, was mein Opfer leugnet, so als ob es nicht genug und ausreichend wäre, stiehlt von meinem Ruhm. Und das hat auch nur einen Ursprung. Liebe Brüder und Schwestern, führt euch diesmal für ein paar Augenblicke vor Augen und dann überlegt, gegen wen ihr euch erhebt und kämpft und wer euer Meister ist. Betrachtet die Frucht. In einer Botschaft an Timothy sagt er auch, Lasst alle auf der Erde an meinem Wort teilhaben und in eine tiefe und innige Stille eintreten und lasst die starkköpfigen Stille bleiben. Lasst ihren Mund nicht öffnen zum Sprechen. Lasst sie Stille sein und nachdenken. Wir selbst erachten uns als die geringsten Diener unseres liebevollen Vaters und wir sind sicherlich weder fehlerfrei, noch wissen wir alles. Unser einziges Bestreben ist es, seine Offenbarungen aufzubereiten und sie allen, die danach suchen und sich nach Wahrheit sehnen, zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr in eurer Wahrnehmung Widersprüchen gegenübersteht, bringt es vor den Herrn und bittet ihn, euch doch darin ein Licht zu schenken. Und dann habt Geduld. Es ist unmöglich, dass wir mit unserem menschlichen Verstand schon alles erkennen und begreifen können. Und er sagt auch, an einem Ort, habt weniger Angst, einen Fehler zu machen, seid vielmehr besorgt, die Wahrheit zu übersehen oder zu verpassen. Das Prüfen obliegt jedem Einzelnen zusammen mit dem Heiligen Geist und auch es zu glauben. Das sind Dinge, die keiner für den anderen tun kann. Eines dürfen wir jedoch hier festhalten, dass wir von dem Herrn zu seinen Schriften geführt wurden und sie mit ihm geprüft haben. Deshalb, lieber Bruder und liebe Schwester, wähle einfach die Speise, welche dir am meisten mundet. Aber bitte, verteufle darauf nicht die Speise, welche deinem Bruder oder deiner Schwester mundet. Unsere beiden Remas vom Herrn zu diesem Thema Mein Rema war, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 3 und 4 Und Theos Rema war die Vorrede des Herrn zu den Haushaltungen Gottes Von Jakob Lorber, Abschnitt 1 und 2 Der Schreiber des vorliegenden Werkes Jakob Lorber Suchte ernstlich und erfand, was er suchte. Er bat und es ward ihm gegeben. Und da er an die rechte Tür pochte, so ward sie ihm aufgetan und durch ihn auch allen jenen, die eines guten Herzens und Willens sind. Denen aber, die dann nicht mit dem Herzen, sondern alle Zeit nur mit ihrem vermeintlich reinen Weltverstande suchen und prüfen und kritisieren und statt an den lebendigen Namen des ewigen Gebers aller guten Gaben nur an die harte und tote Schale der Materie klopfen, wird nicht gegeben und aufgetan werden. Denn der Geist des Herrn offenbart sich nie durch den Verstand der Verständigen der Welt, sondern nur in und durch die Einfalt des Herzens denjenigen, die vor der Welt der Verständigen als Toren gelten und bekannt werden. Aber der Verstand der Weisen der Welt wird in kurzer Zeit dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren. Wer das vorliegende Werk die Haushaltung Gottes lesen wird mit einem demütigen und dankbar gläubigen Herzen, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden und er wird im Werke den rechten Autor nicht verkennen. Der puren Verstandeskaste ist es aber ohnehin einerlei, ob sie einen Daniel oder einen Sir Walter Scott oder einen Rousseau oder Hegel liest. Denn der Weltverstand nimmt alles weltlich und nimmt eine höherstehende Mitteilung von oben als ein loses Hirngespinst ungelehrter, aber von Natur fantasiereicher Menschen an, die durch ihre Mystifikationen etwas gelten und erreichen möchten, weil sie auf dem reinen Verstandeswege nichts erreichen können, da ihnen dieser notwendig mangelt. Dies war Theos Rema. Deshalb bitten wir euch nun, schreibt uns keine Aufforderungen mehr, irgendwelche Offenbarungen des Herrn zu entfernen, weil sie nicht in euer vorgefertigtes Bild passen. Wir werden auf solche E-Mails nicht mehr reagieren. Wir haben wirklich genug wertvolle Zeit verloren. Damit und wessen Absicht das ist, wissen wir auch. Haltet euch immer vor Augen, wer die Braut des Herrn ist. Ist es der selbsternannte, geistige Polizist, der Nörgler, der Engstirnige, der Religiöse, der Allwissende, ein Kämpfer für seine eigene zurechtgelegte Wahrheit oder ein Spötter? Oder ist es die eher kleine, geduldige, unwissende, friedliebende und sanftmütige Seele, die ihren Herrn von ganzem Herzen liebt und nur daran interessiert ist, ihn glücklich zu machen? Die Antwort darauf kann sich jeder selber geben. Beachtet dazu auch die Schrifttexterklärungen des Herrn, die wir ebenfalls in diesem Kanal veröffentlicht haben und in den kommenden Tagen und Wochen noch veröffentlichen werden. Also, ihr Lieben, lasst uns einander lieben und nur eines vor Augen haben, Jesus und seine unermessliche Liebe noch möglichst vielen Seelen näher zu bringen in diesem neuen Jahr. Er war barmherzig mit uns und hat uns aus Liebe zu jeder Seele da draussen mehr Zeit geschenkt. Wenn wir unseren Fokus darauf ausrichten, haben wir nämlich viel weniger Zeit, vermeintliche Fehler, Ungereimtheiten und Widersprüche zu suchen, auf welche oftmals nur der Herr die Antworten kennt und die er zu gegebener Zeit selbst auflösen und aufdecken wird. In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Möge unsere Liebe zu Jesus und zu unserem Nächsten stetig zunehmen. In Liebe, Theo und Jackie hier, Untertitelung des ZDF, 2020